Hier sind die Beach Villas. Die sind natürlich traumhaft schön. Mit eigener Hollywood-Jogel, eigenem Pool. Da kann man es halt richtig gut gehen lassen. Es ist einfach ein Traum. Die würde ich auch jedem empfehlen, wo es sich leisten können. Einfach hier mal eine schöne Pool. Einfach über die Treppe in einem Pool und dann wieder ins Zimmer.